moin leute und herzlich willkommen im letzten video heute zu den herausforderungen ja die woche gab es drei wie gesagt leider ein bisschen verspätet aber es hat zeitlich nicht gepasst bei uns beiden ja heute ist amstag deswegen können wir es erst jetzt aufnehmen hier haben wir direkt schon das erste puzzle also wir suchen sieben puzzle teile und hier unten in der gt hülle haben wir das erste problem hierbei ist ihr seht es nicht weil als ich das aufgenommen habe das erste mal ja auch hat er genau dieses eben nicht aufgenommen aber an dieser stelle ist es genau aber dieses puzzle hatte im mini aufgenommen machen wir aber weiter wir sind hier bei lucky landing bei der brücke also die puzzle teile laut beschreibung sind alle in der höhle oder in einer höhle und unter der brücke da habe ich auch mal geguckt ist aber ich lieber noch runter gefahren und da ist es da haben wir auch schon puzzle teil nummer zwei ja da wurde ich eben gerade dummerweise abgeschossen deswegen bin ich wieder neue runde und genau hier in der wüste haben wir auch das puzzle teil nummer drei ganz am anfang der kurz gesehen wo das war das ist die erste brücke genau da zeigt es auch noch mal ja dann wurde ich gleich wieder abgeschossen habe ich natürlich nicht drin gelassen da sieht man es auch der typ war das und ich weiß auch nicht ich habe kein skin gewechselt aber ich hatte auf einmal einen anderen skin keine ahnung aber genau hier bei der brücke zwischen der wüste und dem normalen gebiet sag ich mal haben wir auch puzzle teil nummer auf hier müsste das sein und ja das haben wir direkt hier dann haben wir das nächste puzzle teil vor schiff die unter der brücke hier kurz kurz vor schiff die ganz easy also ich habe euch auch die beste route eingeblendet dass sie das eventuell wenn ihr so ein bord hat alles in einer runde schafft ihr enttiltet haben wir auch noch ein puzzle teil in der höhle also wie gesagt wenn ihr gut seid und das mit der zone einigermaßen passt schafft ihr alles in einer runde das letzte teil ist dann auch hier unter der brücke enttiltet ja ich würde mich über ein abo sehr freuen auch wenn ein like da lasst wenn es euch geholfen hat und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal haut rein